Hallöchen ihr Lieben! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Wie ihr seht, das Lager sieht ein bisschen anders aus, weil ich zwischendurch eigentlich schon Aufnahmen gemacht hatte, aber das alles irgendwie total untergegangen ist. Hier hatte ich dann auch schon mal einen Ansatz vom neuen Lager. Das passt so aber noch nicht. Ich weiß aber jetzt mittlerweile, wie es passt, weil ich es echt, ja, nicht nur hier ausprobiert hatte halt, sondern auch auf unserem Multiplayer-Server ein bisschen ausprobiert habe. Und, ähm, okay. Das war, glaube ich, vom letzten Rumprobieren. Ähm, jedenfalls habe ich es rumprobiert und ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich hoffe übrigens, dass der Ton einigermaßen passt, weil ich glaube, das mit der Raussperre, das funktioniert hier noch nicht so ganz richtig. Irgendwie, je nachdem ich den Rechner neu aufgesetzt habe, ist jetzt alles nicht mehr ganz so toll. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie ich das einstelle, aber das kann man mit der Zeit auch nicht. So, kurz und knapp. Ich habe, wie gesagt, herausgefunden, wie ich das mit dem Lager wunderschön hinkriege. Allerdings brauche ich dafür, ja, ungefähr mal den vier- bis fünffachen Platz. Deswegen gehe ich jetzt mal eben umgucken, wo wir das platztechnisch mal realisieren können. Denn ich brauche ein Minimum mal so 20 breit an, ja, bestimmt 60 Blöcke. Damit ich alles unterkriege, wenn ich zwei Ton übereinandersetze. Jetzt ist hier zwar ein bisschen Platz, aber da müsste ich voll mit ins Tiergehege rein. Deswegen bin ich gerade umgelegen, dass Tiergehege könnten und dauerhaft umlagern. Dann würde ich fast sagen, dass wir das Lager als Basis für das neue Haus benutzen. Dann haben wir nämlich unten soweit schon angefangen. Dann kann ich da jetzt gleich mal weitermachen. So, das ist ein anderer. Der war ein bisschen auf, weiß ich nicht, war es auf jeden Fall auf nichts Besonderes. So, dann würde ich sagen, kommt das Tiergehege weg, das verlagern wir dann nachher nach dort. Also nicht jetzt in der Folge, aber später in den Aufnahmen. Machen das Tiergehege weg und ziehen das ganze Lager quasi von hier oben, dass da der Eingang runterkommt. Das können wir machen, genau. Ich brauche bloß bis hier, muss ich zehn Plätze noch haben. Also ich brauche von den Truhen aus zehn Plätze nach hinten am besten. Es würden auch acht reichen, aber ich möchte so ein bisschen Platz haben, mich da zu bewegen, wenn mal irgendwas ist, dass man da eben auch sich entsprechend mal bewegen kann, um das zu reparieren. So, dementsprechend würde ich jetzt sagen, dass wir einfach mal, wenn wir jetzt von hier aus gehen, acht Plätze reicht das, zehn Plätze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann sollte man mit Wasser noch keinen Stress haben. Sehr gut. So, dann würde ich vorschlagen. Ich schlage es nicht vor, ich mache es einfach. Wir nehmen diese Höhe hier, weil ich muss nicht hochgehen. Ich brauche echt bloß zwei Platzbereitgehegehe für die ganze Mechanik und nur die Höhe, wo die Truhen drauf sind. Das heißt, wir können wirklich hier anfangen, denn wir haben hier noch ein bisschen Gras. Und selbst wenn wir ein bisschen auch das Gras aufstocken, ist mir nicht ungeil, weil das dann so quasi das Basis, die die Basisplakon, das Genoment von der Neun-Kommenein-Haus gibt. Gefällt mir ganz gut, der Gedanke. Und unter dem Lager können wir zum Beispiel noch einen zweiten, nee, drunter ein zweites Lager geht nicht, weil ich nach unten und nach hinten hin ein bisschen Platz brauche für die ganze Schaltung. Ja gut, ich sage mal so, wenn wir so drei, vier Blöcke Platz zwischen den einzelnen Etagen lassen, können wir das Lager sogar doppelt hoch machen. Wäre nicht das Problem, das käme hin. So, ich mache das jetzt aber erstmal weg und fange mal ein bisschen an, damit ihr auch was zu sehen habt. Hier war übrigens ein anderer Versuch, wie gesagt. So kam mir der ganze Grundgedanke, aber ich wollte dann noch weiter Trichter einsparen und ich bin jetzt wirklich so, dass ich pro Doppeltruhe immer nur zwei Trichter benötige und der Rest ist dann einfach nur Spender. Und das funktioniert wunderbar. Wir brauchen dann zwar, ich glaube, 15 oder 16 Spender pro Konstruktionsaufbau, aber mal ganz ehrlich, die Spender, das sind bloß Bruchsteine. Ja, die stelle ich jetzt erstmal aus, wie wir sind so gut. Simplos Bruchsteine und ein bisschen Redstone und ich denke, davon sollten wir ein bisschen was haben. Und vor allem sollte ich, glaube ich, jetzt mal irgendwie gucken, wenn wir hier genug drumherum stehen. Da haben wir auch drumherum. Ich denke, es ist schon, dann machen wir jetzt einfach mal hier so ein Zwischenlager. So, und hier, wenn ich sowas schon sehe, das ist ja hier. Das kann man zusammenfassen. Dann müsste es irgendwie meine Fas zu geben oder so. Zack und alles ist da. Reisen. Oh, gut. Kleinboards, Kleinboards, die können wir hier mal zwischenparken. So, braucht man jetzt alles jetzt nicht. Und da fliegt der Ende dann schon wieder hier rum irgendwo. Ach, das wird. Oh, okay schon. So, zack, 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 zack. Ja, und du gehst mir auf den Keks hier. So, bin halt morgen geladen. Nein, eigentlich nicht nur mich zu vorankommen und nicht zu lang, weil ich muss jetzt nicht an Frühstücken. Und dann mich beeilen, dass ich alles vorbereite, dass meine Mitarbeiter hier auch taucht. Und ja, da haben wir momentan viel zu tun. So, dementsprechend gerade etwas in der Spannung. Aber es ist nicht schlimm, dann passiert nichts. Das ist etwas, was wir rechnen ganz gut ist. So, jetzt nicht immer so langweilig wie in der letzten Zeit. Hier war der Grundaufbau nämlich auch etwas, naja. Und wir brauchen noch ein paar Level. Denn wir brauchen ja noch ganz viel Papierplatzhalter. Aber das werden wir dann schon hin. An Leveln sollst du uns, glaube ich, nicht halten. Wir haben ja auch noch eingelagert. 50 Stück. So, und hier mal ein bisschen Lichtchen. Jetzt muss ich mal gucken. Also ich fange jetzt gleich von oben an. Warum ich die jetzt weggemacht habe, weiß ich noch nicht genau. Das müssen wir mal gucken. Ich wollte nur irgendwo mal einen sauberen Schnitt machen. Alles erstmal abreißen und dann aufzubauen. Ach, naja gut, das ist Minecraft. Das ist Minecraft. Deswegen mag ich Minecraft. Dann können wir bei Bedarf alles nochmal so erasen und wieder dahin. So, das dürfte so ziemlich eis gewesen sein, was wir brauchen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich hatte mal 4 oder 5 hoch. Das weiß ich. 5. 5 hoch muss ich sagen. Denn das letzte daneben ist von einer Redstone-Fackel. Dann dazwischen nochmal einsteigen und unten. Also 5 hoch brauchen wir. Ähm, 1. Spender brauchen wir definitiv vielleicht noch mehr. Trichter sollte erstmal eine ganze Weile reichen. So, den setze ich jetzt erstmal da hin. Darunter kommt die Fackel. So kann man schlecht zählen. Ich mach jetzt erstmal, ich mach das jetzt anders so. Ah, zweimal. Na, warum nehme ich da Spender? Ist das eigentlich so gut? Ich sagte, ne, gut. Ich muss jetzt mal gucken, weil auf dem Multiplayer-Server von uns, da habe ich nämlich immer an der Position eine Hacke mit Glück. Und, ähm, jetzt hatte ich grad schon so ein bisschen einen Einflug von Panik. Dass, äh, dass ich hinkommen würde. Also, ich hinkomm schon, aber, dass ich da gerade meine Glückshacke demoliere. Weil die nutze ich normalerweise. Ahaha. So, wenn's, äh, um Kohle geht oder um Redstone und sowas halt, ne? So. Da muss das drauf. Auf... Den muss... Nein. Da kauft... So, dann brauchen wir hier neben, genau, da kommen nämlich jetzt die Spender übereinander. Ich mach schon wieder eine Lehrstimme mit euch, sowas aber auch. Ah, aber tut auch mal sehr gut. So, zack, 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 nein? Du bist doch falsch. Ich muss höher. Ich mag immer hoch hinaus. Zack, zack, so. Einmal, zweimal, dreimal. Nein, der sitzt schon wieder falsch rum. Wir müssen nämlich alle nach oben zeigen. So. Zombie? Draufens scheint es doch hell zu sein. Nein, es ist nicht hell. Komm her, Kollege. Dankeschön, dankeschön. Die Levelfinch... Oh, 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 ne, Monsieur. Monsieur, kommen Sie her. Hier rüber, hier rüber, wenn die Schienen explodieren, ist mir das nicht so ganz so völlig richtig. So, zack. Danke. Da hinten ist noch einer. Da ist, wenn wir mal eben schlafen. Sicher ist sicher. Dann kann ich auch gleich mal gucken. Wir haben jetzt, okay, in ein paar Minuten haben wir noch. So, da können wir noch ein bisschen was geschafft. Tam, 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 tam. So, also wir haben jetzt hier die fünf Spender übereinander. Die entsprechend hier von der anderen Seite für uns angesteuert werden. Dann hier hinter den Grundaufbau, den kennt ihr quasi schon. Das ist nämlich so, dass jetzt... Was nehmen wir denn dafür? Ich hatte eigentlich Wolle für solche Teile. Wo habe ich die Wolle beim letzten Mal hingepackt? Hier. Jetzt muss ich nur dran denken, weil auf dem anderen Server habe ich das nämlich genau mit anderen Sachen gemacht. Da benutze ich nämlich Cobblestone dafür. Ich packe mal hier so ein bisschen was, was jetzt gerade einfach überflüssig den Platz hier wegklaut. Das können wir jetzt erstmal wegpacken. So, damit wir ein bisschen Platz haben hier und da. Und zwar den... Jetzt habe ich die blaue Wolle nicht. So. Den blockieren wir später. Da kommt nämlich wieder schon Hand mit einem Trichter hin. Und dann kommen hier nämlich, wie wir das kennen, drei Wolle hin. Dann kommen wir hier auch nochmal hin. Zack, zack, zack. So. Dann haben wir das nämlich so ein bisschen farblich gekennzeichnet für euch. Dann ist das vielleicht einfach so ein bisschen nachvollziehen, was für ein Trichter das auch. Aber... Die Wolle brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr erstmal. Hier kommen wie gewohnt zwei Repeater hin. Eine Fackel hin. Ein Cooperator. Und zwei Redstone. Dazu brauchen wir hier zwei Trichter. Den einen setzen wir zum Spender. Den anderen, äh, da brauchen wir jetzt irgendwas anderes erstmal. Den setzen wir jetzt mal nach da hin. Und bauen den wieder ab. Also einfach nur, dass der Ausgang hier ist. Dann kann der nämlich keinen Mist anrichten. So. Das ist Nummer eins. Die Truhe. Das kennen wir schon. Und jetzt bauen wir hier drüber nochmal einen zweiten Vorgang auf. Und das wird jetzt etwas komplizierter, auch von der Schaltung her. Ich hoffe mal, dass wir jetzt noch alles reinkriegen in der Zeit. Ähm, ist aber dann echt hilfreich. Ich nehme jetzt mal zur Verstärkung, Verstöpselung, hier ein bisschen Holz. So, eins, zwei, drei, vier. Bis hier muss ich. Das heißt, ich gehe hier mal eben rüber, weil ich brauche einen Ankerpunkt, an dem ich ansetzen kann. Und dann brauchen wir hier Spender. Ja, also, diese Spender setzen wir. Ich bin zu tief. Moment. Da brauchen wir nochmal alles durch. Komm wir da dran? Komm wir. Sonderbar. So, eins, zwei, drei, vier Spender brauchen wir da. Busch. Jetzt muss ich überlegen, ich muss von außenrand, von rechtsrand, von untenrand, lieber das nochmal. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal nach hier unten nochmal runter bauen. Das war, ich meine, auch vier, wie mache ich das jetzt so am besten? Voll, vier war das jetzt. Da war mal mehrfach. Ein, zwei, drei, vier. Oh, das wird aber knapp eigentlich. War ich da so knapp drüber? Coole Sache. Oder war es nur drei? Da können auch nur drei gewesen sein. Ich war auf jeden Fall zwei drüber. Dann war es drei. Entschuldige Leute. Ah, was ihr habt. Geht halt jetzt alles etwas weg. Ihr könnt es euch ja zum Rote mehrmals ansehen, wenn es zu kompliziert ist, was ich gerade mache. Toll. Jetzt bin ich gerade oben und bemerke nicht, dass ich gar keinen Spender mehr habe. Fahre wie hier oder meins erzeugt. So, aber wir haben alles dabei, was wir brauchen. Dann haben wir jetzt drei Stück übereinander, die dann, also von unten wird das hoch gegeben, nach hier und wird darüber gehen. Die Schwierigkeit dabei ist aber, dass man quasi die ganzen Spender immer wieder mit einem neuen Signal ansteuern muss, damit die eben pro Signal ein Item weitergeben. So, und das Ganze basteln wir quasi jetzt hier drunter, ja nicht nur da drunter, sondern auch hier neben, zusammen. Und das ist gar nicht so einfach gewesen, muss ich leider sagen. So, ähm, das Ganze habe ich da mit Wolle habe ich nicht zufällig, aber ich hatte Eisen. Jetzt können wir mal eben nochmal Wolle holen gehen. Ich habe wahrscheinlich irgendwo sowieso hier eine Schere rumliegen, das weiß ich. Ich habe irgendwie immer so, das, was ich eigentlich haben will, liegt irgendwo hier, aber gerade irgendwo anders. So, das denke ich jetzt mal ganz just hier. Rau, zack. Wolle. Wolle, Wolle. Sind das eigentlich graue Schafe oder weiße? Gerade graue, ne? Aber, es geht jetzt einfach schneller. Und sortieren können wir später immer noch im Lager. Ja, beziehungsweise ist das Lager für uns. Das ist ja das Schöne, deswegen machen wir den ganzen Drittjahr. So, jetzt fahren wir einmal runter, zack, tun uns weh, aua, aua. Haben eine Runde geweint. Auch schön. Äh, nehmen wir auf ruhig die graue Wolle jetzt hier für die Zwischenschaltung. So, von dem Redstone-Signal. War das von da aus oder habe ich hier noch meins runtergegeben? Das muss ich gleich mal testen. Das ist eine gute Frage gerade. So, jedenfalls brauche ich von hier oben. Den steige ich von unten. Nein, den steige ich von der Seite an. Entschuldigung. Der muss noch da. Das wird nämlich jetzt so ein bisschen komisch aufgebaut. Nicht wundern, was ich jetzt hier mache. Ich muss nur den entsprechenden Platz schaffen, weil die Schaltung ist nicht gerade easy gewesen. So, genau, dazwischen kam der, der schaltet nach da. Von hier aus gehe ich da dran. Da muss ich hin. Das ist nämlich hier immer so ein Versatzding. Äh, ganz runtergefallen natürlich, ne? Wawawawaw. Und die haben auch nicht genug Wolle. Ich muss jetzt extra runterspringen, ja? Ist klar. So, da dran, da dran. Was ist das schon? Und eigentlich muss es doch wieder vorne, da musst du doch noch einer hin, nein, nein. Ich muss nur mal gucken, wie ich das schalten muss. Habe ich das noch aus dem Kopf hinkriegt, ist die andere Frage, so. Zack, zack, zack. Ne, da kann ich nicht hin. Der ist zu hoch. Der muss weg. So. Dann muss ich mal hier rüberkommen. Der dürfte mich auch nicht da sein. Hier müsste eigentlich noch ein anderer sein, meine ich. Ich bin grad mal am gucken, also, hier oben muss auf jeden Fall, ich hätte das erstmal zummachen sollen. Und dann mit euch da hinlaufen sollen. Hier wäre einfacher gewesen. So. So. Und zwar, da kommt ne Fackel drauf. Und die wird angesteuert von. Oben drauf muss auf jeden Fall einer in die andere Richtung und unten drauf einer von der Richtung. Soweit weiß ich's noch gerade. So, das heißt, wir müssen mal eben nach da oben. So, ich glaub, meine Freundin kommt grad schon an zu frühstücken, ich sollte mich beilen. Ich möchte mich nicht gerne eigentlich mit ihr zusammen frühstücken, so. Zack, zack, das weiß ich noch. So. Der wird dann wiederum, da muss auch noch einer hin. Der wird nämlich auch von unten an gesteuert. Das macht das wenig Sinn. So. So. Hier, da tauchen wir mal weg. Hüpfen wir mal eben rüber. Da muss hier ne Wolle hin. Und hier eine Fackel hin. Und. Hier muss der Wolle drauf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und hier muss ne Wolle vor. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil die beiden Repeater ne gegenläufige Richtung hatten. Nein, kann da hin. So. Und das macht dann auch ziemlich Sinn, weil das gibt das Signal dann rüber quasi. Irgendwie so war das. Und hier der Repeater fasst das weg. Und auf der anderen Seite war das so, dass hier der Fackel hin muss, die doch von der anderen Seite nämlich hingesteuert. Eigentlich. Und wir hier doch noch so. Nee, hier war noch so. Bin ich zu tief. Hier war doch nüchst. Hier war doch nüchst. Ist der nicht zu hoch oder zu tief? Ich glaube, das krieg ich bald nicht auf die Reihe hier. Seht schlecht. Da können wir erstmal noch mal. So. Ah, jetzt muss ich noch überlegen. Das Signal kommt da drauf. Die wird hier hochgegeben an die jeweils. Das Signal, was dann da rauskommt. Jetzt muss man mal eben testen, wird das da rübergegeben oder nicht? Nein, das wird nie nicht rübergegeben. Also ist hier ein Punkt Fehlbau. Denn die Glock muss das Signal hier hin rüber geben. Das weiß ich nicht. Wie habe ich das hingekriegt? Der sitzt falsch. Der sitzt definitiv falsch. Der muss noch da. Es sind nämlich die beiden Gegen... Nein, da ist der Gegenläufige. Das war richtig. So. Aber hier kann ich zwischendurch laufen. Wie habe ich das hingekriegt, dass ich hier zwischendurch laufen konnte und das Signal trotzdem weitergegeben werde? Dahinter sitzt die obere Truhe, untere Truhe. Leute, ich mache an der Stelle einen Cut. Wir haben 20 Minuten Folge voll. Ich gehe eben frühstücken, nehme später nochmal auf und zeige euch dann, wie es weitergeht. Gucke dann vorher noch meiner Mehrspielerwelt nach. Also in der nächsten Folge seht ihr dann, wie es weitergeht. Bis dahin weiterhin viel Spaß auf YouTube und vielen Dank fürs Zusehen. Euer MePlane Online. Tschüss.